Hallihallo, Hallöchen! Herzlich Willkommen zurück in Ghostwire! Wir sind hier noch mitten in der Stadt, weil ich noch ein paar Sachen zu erkunden habe. Ich meine, hier ist die Stadtkarte. Wir haben... Auf jeden Fall noch zwei Jitsu-Statuen, die wir suchen müssen. Einen Tanuki, den wir suchen müssen. Hier haben wir noch zwei Jitsu-Statuen. Einen Tanuki haben wir gefunden. Da waren wir hier gewesen, da wo ich gerade bin. Ähm... Und hier unten hatten wir auch noch was. Da fehlen zwei Jitsu-Statuen, Kekis-Aufzeichnungen, vier Magatama, interessant, drei Tanukis, wobei wir einen schon gefunden haben. Das wäre die Tempeanlage gewesen. Ja, und hier ist unsere Hauptmessung. Dann müssen wir aber erstmal wahrscheinlich den einmal reinigen und den reinigen, bevor wir da überhaupt hin können. Ah, was war hier? So, und jetzt wollte ich aber noch ein paar Geister einsammeln. Ich muss mich noch mal ein bisschen orientieren, wo ich hier war. Da waren auf jeden Fall welche da auch. Ah, das hat ja auch klappen können. Ah. Ah. Wo war das gescheinlich? Oh! Mit jeder vom Setup. Ah. Wenn man es gewohnt ist, dass man mit, äh, in anderen Spielen mit eh was aktivieren kann. So. Ja. Okay. Also 10.000 haben wir schonmal. Das ist schonmal nicht schlecht. Auch wenn er sagt, das ist nicht viel. Aber es ist ein Anfang. Also es ist ein Anfang. Das ist toll. Das hat, ich wollte schon sagen, das hat gereicht, aber ich kann nicht hoch, hier vielleicht? Doch, ich kann nicht hoch. So eine ganze Geister-Versammlung hier. Wie noch mehr sind? Ich bin der Karte. Das sieht gut aus. Ich bin der Karte. 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 Aber exploded.' Ich bin der Karte, andere нед好啦. Ich bin der Karte ist ein jugend praising und ich bin der Karte! Ich bin der Karte ist ein Karte. Ich 그래 ich denke, das kein Karte ist. dann muss es wahrscheinlich nur hier sein in dem Gebiet, hm? Das sieht niedlich aus. Ich habe gezögert. Jetzt hatte ich... Gehe zuerst mal kurz in die Datenbank. Da. Kada Kasa Koso. Regenschirm, Jukai mit Händen und meist nur einen Fuß. Sie haben große Münde, aus denen sie ihre langen Zungen herausstrecken, um Menschen zu erschrecken. Auch wenn sie für ihr sonderbares Erscheinungsbild in ganz Japan bekannt sind, sind sie sehr selten und es gibt nur wenige Augenzeugenberichte. Es wird angenommen, dass sie eine Art Tsukomogami sind, Gebrauchsgegenstände, die nach Jahren der Benutzung ein eigenes Leben entwickeln und sich von allein fortbewegen können. Cool. Ah. Sperrgebiet von Tsukinami Platz ist in Tokio knapp und Gebäude werden möglichst eng aneinander gebaut, soweit das Auge reicht. Doch einige Stadtteile gelten als Sperrgebiet und werden von den Bürgern aus verschiedenen Gründen gefürchtet und respektiert. Es ist kaum überraschend, dass Mythen und Legenden entstanden sind, mit denen das Verschwinden jener erklärt wird, die es gewagt haben, diese Gebiete zu betreten. Im Sperrgebiet von Tsukinami sind zahlreiche Kinder, die sich hineingewagt haben, unter mysteriösen Umständen verschwunden. Selbst jene, die wieder aufgetaucht sind, weigern sich zu erzählen, was sie daran erlebt haben. Leider führt dies dazu, dass die genaue Lage des Gebietes und weitere Details weitestgehend unbekannt sind. Yugi-Nazaka-Kreuzung Eine Fünf-Wege-Kreuzung, deren Straße sich vom Zentrum von Yugi-Nazaka in die umliegenden Gebiete erstreiten. Sie dienen als Zugang zum Vergnügungsviertel zu den Außenbezirken von Shibuya. Sie sehen die Sie nicht darauf sind. Die Achtung глаза Sie sehen die Wätsch Photoshop Sie sehen die Wätsch Photoshop Sie sehen die Ärzte. Sie sehen die Wätschalt und die Wätschalungen aus. Sie sehen die Wätschäften in die Wätschalungen im Tiefes Wo. Sie sehen die Wätschalungen? Sie sehen als ZACH-Kreuzung ist die Wätschalungen. Oh, die Beine sieht so süß aus. Das verstreicheln. Aber interessant, dass ich jetzt schon von den Hunden verfolgt werde. So, get out of the music. Ihr macht mir Angst, okay? Lass mal die Maika einsammeln und dann gibt's für ihn noch ein bisschen Hundefutter. Okay, ich will. Ich will. Ich will nicht essen. Du möchtest, wie du? Ich will nicht unbedingt, aber ich will. Ich liebe es. Das ist so süß. Kanai Tsuyu? Eine minderwertige Kupfermütze, mit der während der Edozeit gehandelt wurde. Ah, eine Katze! Ah, eine Katze! Ah, der ist wirklich an die Hunden verfolgt. Irgendwas mit dem Tanooki-Schwanz habe ich bisher nicht gesehen. Oh my God! Pfeife. 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 Ok,inedirates. Das war's für heute. Ich habe meine Freunde gemacht. Oh, ja, da muss sie darauf jetzt auch noch aufpassen, dass sie nicht komplett weggeschleppt werden. Hallo! Das war ja auch hohe Nöpulta wieder. Das war's. Das ist um mich so beherrschenlich, alles auf einmal auszugeben. Das war's. Das war's. Das war's. Da oben. Das war's. 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 Es wird dann abgekommen, schade. Kitty? Okay, ich habe eine Kitty gehört, da muss ich gleich mal nachschauen, wo die ist, aber erstmal müssen wir ihn erledigen. Okay. 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 Das ganze Misschen hat es einen unbegehenden und ungestatteten Lägerchen zu erhalten. Ja, das tut's wirklich. Ich hatte aber gehofft, dass du einen Tanuki gesehen hast. Ja, das tut mir leid. Ah, da hinten ist die Aufgabe. Ah, da hinten ist die Aufgabe. Das machen wir dann mal in der nächsten Folge. Bis dahin, haltet ihr euch anschaut. Wir sehen uns. Tschüss.